Heute ist Tag 4, unser 7 Days, 7 Duties 22 mit Duty 4 A und B. Heute sind wieder zwei Workouts dran. Nachdem gestern Ball da so ein riesen Klopper war, machen wir heute mal etwas komprimiertere, entspanntere Sachen. Also, wir haben zwei Workouts. Das eine ist Magnusson, das andere ist 1K Rope. Duty 4 A Magnusson, eines meiner absoluten Lieblinge. Sehr kurz, zwei Übungen. Es sind 50 Burpee Box Overs und 200 Air Squats. Das kann man schnell mal zwischendurch machen. Nicht. Also, 50 Burpee Box Overs, heißt einfach Bauchlage auf den Boden, auf die Füße kommen und die Kiste, den Widerstand auf die andere Seite hinüber überqueren und dort die nächste Wiederholung machen. Wenn ihr damit fertig seid nach den 50 Stück, dann 200 Kniebeugen, das Ganze so schnell wie möglich. Das zweite Workout des heutigen Tages ist 1K Rope, eins unserer Benchmarks. Sehr einfach, Rudergerät draufsetzen, ein Kilometer, so schnell wie möglich. Wenn du kein Rudergerät zur Verfügung hast, kannst du alternativ dafür auch 800 Meter laufen gehen oder eine Wiederholungstelle an anderen Dingen machen, die ich vergessen habe. Ich habe es gefunden. Oder 35 Burpees und 120 Skippings. Also Laufen auf der Stelle, wobei nur jeder zweite Schritt gewertet wird. Viel Spaß dabei. Das vollständige Workout findest du in der Videobeschreibung. Dort findest du auch einen Link, der dich direkt zum Workout in der Camback App führt. Und wenn du keine Lust darauf hast, das Workout wieder nach unseren Tipps selber für dich anzupassen, hol dir doch jetzt endlich die Camback-Mitgliedschaft. Dann kriegst du jeden Tag das Workout perfekt auf dich zugeschnitten. Jetzt abonnieren, folgen und Instagram haben wir auch.